Gut, so, jetzt geht das Ganze nämlich auch etwas schneller, ähm, ich baue mich mal hier außen rum, oder vielleicht hier außen rum, und setze dann die Fackel hier hin, ich würde nämlich auch gerne wieder einen Fluchtweg haben, und, äh, ja, so rum ist das glaube ich etwas klüger, so, da haben wir Kupfer, ausleuchten, hallo, ausleuchten, 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 und ausleuchten, gut, was haben wir denn hier, Appetite, lasse ich jetzt mal in Ruhe, ich hole mir jetzt mal nur das, was ich so in etwa brauche, und dazu gehört jede Menge Kupfer, Eisen und Zinn im Moment, und Rubber, aber Rubber habe ich gerade nicht, oder es kommt auch nicht hier drin vor, es wäre cool, wenn es so wäre, ist es aber nicht. So, ausgebeutet, Fleisch essen, weiter ausbeuten, puh, Reaktor-Craft, lassen wir jetzt mal in Ruhe, wo bin ich überhaupt runtergekommen, ich glaube nicht, dass ich da oben runtergekommen bin, Ah, hier, gut. Machen wir jetzt mal so, ausleuchten, 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 und aus, äh, ausleuchten, ausleuchten, oh, Zinn. Schön, ausleuchten, ausleuchten, von hier kommt nicht mehr viel, gut, und, ja, das war es auch, im Moment. Okay, da unten sieht schrecklich gut nach Aluminium aus. Mal gucken, was das Ganze so bietet, das Zinn wollte ich nicht mitnehmen, ja, die Fackel habe ich jetzt ungünstig gestellt, ist ja mir egal, die bleibt da. Äh, das kommt weg, ich glaube, das war, nein, das war sogar gut. So, die haben wir noch ein bisschen was, nehme ich das überhaupt mit, ja, nehme ich, gut. Zinn, 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 habe ich jetzt auch. Hallo? Ich bringe gefälligst dahin, wo ich es dich haben möchte. Äh, oh, ich glaube, wir haben wieder keinen Ton. Ja, aber damit müsst ihr jetzt leben. Denn für die Viertelstunde werde ich keinen Ton mehr anmachen. Tut mir leid. Aber ist halt so. So. Und. Ausleuchten, 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 äh, leuchtest du gefälligst aus. Die Richtung geht es auch noch. Gut, brauche ich nicht. Fire Resistance, das ist mal keine schlechte Eigenschaft. Mh, Zinn, ooooh, okay. Okay, dann, das bedeutet erstmal alles abbauen, was ich hier finde. Und dann wieder zur Oberfläche, oder dann zur Oberfläche. Und dann können wir das Ganze, dann können wir die Curvy laufen lassen. Und die werde ich dann auch eine Stunde lang noch nachher laufen lassen. So, dass sich das Ganze auch lohnt. Ähm, ja, tut mir leid, aber ich muss mal kurz Schluss machen. Bis gleich. Tschüss. Tschüss. Und wir sind wieder da. Ups. Und ich habe jetzt wieder vergessen, wo wir überhaupt herkommen und hinmüssten. Was ja natürlich super ist. Ah. Okay. Ich hoffe, es war der... Der Weg. Sonst müssen wir uns nach oben buddeln. So. Ah ja. Hier kommen wir auch. Ah, super. Können wir also nichts abbauen. Und dann haben wir hier unser weiteres Zeug. Schön. Aluminium. Wie schön ist es, das auch nochmal zu sehen. Äh, jetzt habe ich natürlich... Keinen Platz dafür. Und ich sehe... Nicht mehr genau, wo hier was ist. Äh, aber ich kann das ja oben dran sehen. Salpeter. Okay. Und hier ist noch mehr Aluminium. Huh. Sollte gleich sehr schnell nach Hause laufen. Glaube ich. Allein schon deswegen. Und die Sonne scheint hier so schön rein, obwohl wir mitten unter Tages sind. Wie schön ist das denn? So, ich glaube, wir sind... Na? Hier sind wir nicht von gekommen. Wir sind von der Seite gekommen. Ich nehme aber bitte ein paar Fackeln mit, denn die brauche ich noch. Oh, ja, jetzt habe ich auch noch keinen Platz mehr für die Fackeln. Das ist natürlich sehr doof, wenn man das nicht hat. So, einmal den Sand wegwerfen und das dazu hinbauen. Und hier... Hier... Mit... Mit... Euch... Fackeln. Euch nehme ich auch noch mit von der anderen Seite, allerdings... Damit mir keine Monster entgegenkommen. Auf dem Rückweg. Wir sind auch für 47. Das geht hier auch noch. Achso, ja, natürlich. Ich brauche die Kohle. Damit... Ich... Die Turtle betreiben kann. Das war doch irgendwo klar. Ja. Naja. Für mich... Nicht. So, ähm... Ich würde gerne hier weiter runterlaufen. Aber dummerweise ist genau hier wieder eine Höhle. Ups. Die mache ich mal etwas zu. Damit man hier nicht so leicht drankommt. So. Und hier kommt da mal ein Teil hin. Ja. Damit das ein bisschen ausgelöscht ist. Und... Ähm... Ja. Ich glaube... Das war's fürs Erste. So. Dann würde es hier wieder weiter runtergehen. Natürlich. Wieso auch nicht? Steine fliegen hier durch die Gegend. Aber das passiert ja, wenn man... Probleme hat mit dem PC. Wie ich die ganze Zeit... Ich habe nur noch 10 Fackeln. Ich glaube nicht, dass ich ganz nach unten kommen werde. Ähm... Mal gucken. So. Ähm... Gehen wir mal weiter runter. Dann kommt noch eine Fackel aufstellen. Oh. Ja. Jetzt habe ich sogar... Dafür keinen Platz mehr. Nein. Ich... Oh. Nein. Ich wollte eigentlich... Das Zeug nicht. Ich will gerne die Kohle haben. During this Zeit. Nein. Weshell ab relativ. ... ... ...